Das ist wirklich ein überragendes Pferd mit wirklich drei Klasse Grundgangarten. Ich glaube, Trapp und Galopp sind wirklich absolut überragend. Ist auch noch ein bisschen grün, obwohl er acht ist, weil er auch mal eine längere Pause hatte. Und sehr viel deckt ja immer. Aber er hat alle Qualität für einen ganz, ganz Großer. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen und das auch zeigen können. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Und ich hoffe, dass wir hier eine gute Runde drehen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018